... dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steilers wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Dass Sie es baden, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meinst du, das ist einfach gelungen! Der Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ist das Feiglinge, Verreiter, Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeiß des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wenn man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmeleaktion nur verhindert! Es hat mir jeden nur als Wichtigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganze Robber erobert! Verreiter! Von allem Anfang an bin ich so vernahten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verreiter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda, jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!